Hallihallo meine Lieben, wie ihr uns schwer erkennen könnt, ich bin mal wieder in der Kluft der Beschwörer und das heißt natürlich auch nur eine Sache, wir sind wieder bei den Plays der Woche angekommen und ich würde sagen, wir verliehen gar nicht groß Worte, das heißt, hier ist er für euch, euer Play der Woche Spieltag 3. Kid SC Ruby zeigen uns in diesem Replay gegen die Bremer Brüder, warum man auch wenn man fast 10.000 Gold hinten ist, niemals aufgeben sollte, wenn man eine so starke Team-Pight-Comp gedraftet hat. Und Autofill mit dem Engage auf Rito, Plesa, aber I stole your soul, hey Team an Leben und was für ein Knock-Up von Antameville, jetzt kommt nur noch Kronos in diesen Fight mit dazu, Triple Kill für diesen Fiddlesticks und so haben sich die Bremer Brüder das nicht vorgestellt. So meine Lieben, das war's leider schon mit den Plays der Woche des dritten Spieltag, denkt bitte da dran, sendet uns die Replays an plays.uniliga.gg, denn ihr habt natürlich auch die Möglichkeit was zu winnen, nämlich ein wunderbares Loot-Paket von unserem Hardware-Partner MSI, das heißt, ob ihr Liga 1 seid, Liga 2, 3, 4, völlig irrelevant, schickt uns eure Plays des jeweiligen Spieltags. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.